Der folgende Beitrag ist ein Gastbeitrag bei Hallo Meinung. Wir bitten Sie, unsere Arbeit zu unterstützen. Näheres dazu erfahren Sie im Begleittext. Vielen Dank! Deutschland, die Freiheit und die Medien. Ein Gastbeitrag von Helmut Gritzal. Was mein Leben angeht, so stehe ich nun im 76. Lebensjahr. Aufgewachsen in einem tollen, freien, demokratischen Land, damit meine ich die alte Bundesrepublik Deutschland, muss ich heute miterleben, wie nun das vereinte Deutschland immer mehr in größere gesellschaftliche und soziale Schwierigkeiten kommt. Die Medien, die neutraler, kritischerweise in den 50er, 60er und 70er Jahren die politischen Regierungsmächte in der BRD begleiteten, Missstände aufdeckten und diese in die Öffentlichkeit brachten, Man nannte sie daher auch vierte Gewalt, beziehungsweise eine starke Säule der freiheitlichen Demokratie, haben dieses kritische Beobachtungsfeld verlassen und sind mehr oder weniger Sprachrohr der heutigen verantwortlichen Politik geworden. Nun war nicht alles Gold, was glänzte in der alten Bundesrepublik. Auch da gab es immer wieder Ungerechtigkeiten und politische Lügen. Und von 1968 ausgehend zeigte auch auf einmal der Terror in der alten Bundesrepublik sein tödliches Gesicht. Dieser damalige Terror hatte die politische Farbe Rot, jedoch ging dieser Farbton bereits ins Grüne über. Die Frauen und Männer aus dieser Terrorbewegung ließen eine starke Blutspur zurück. Sie wurden von den Sicherheitskräften der Bundesrepublik Deutschland bekämpft. Zurückgedrängt und sie verloren den Kampf in der Öffentlichkeit und auf der Straße. Daraufhin veränderten die damaligen Anhänger dieser linksextremen politischen Bewegung die Strategie. Diese Strategie wurde bekannt unter der Überschrift »Gang durch die Institutionen«. Und man muss zugeben, sie haben es geschafft. Und nun erleben die Bürger in Deutschland, wie die heutigen politischen Verantwortlichen diesen Staat an die Wand fahren und wie das Grundgesetz immer weniger beachtet wird, beziehungsweise wie versucht wird, dieses einzuschränken. Und für mich entsteht immer mehr der Eindruck, dass die jetzige politische Ideologie, die zurzeit in Deutschland zu sagen hat, einen gehorsamen Bürger möchte, der auf Staatslinie bleibt und dem Staat gegenüber nicht widerspricht. Als ich im Jahr 1968 als Angehörige einer Einsatzhundertschaft der Bereitschaftspolizei Baden-Württemberg mit den Kollegen in Heidelberg, Stuttgart und Freiburg gegen die Demonstranten aus der Studentenbewegung eingesetzt war und die Demonstranten uns, die Polizei, mit Flaschen und anderen gefährlichen Gegenständen bewarfen, kam in mir nie der Gedanke in den Kopf, dass die Menschen dieser linksradikalen Bewegung einmal die Politik in Deutschland bestimmen würden. Als bei den Olympischen Spielen in München der Terrorüberfall auf die israelischen Sportler geschah, stand Deutschland unter Schock. Dann geschah das unfassbar Brutale, die Befreiung der Geiseln misslang. Ich hatte in jener Nacht Nachtdienst und meine Kollegen und ich konnten über Funk und Radio die Geschehnisse auf dem Flugfeld mit anhören. Damals konnte ich mir nicht vorstellen, dass einmal die Zeit kommen wird, dass Menschen auf den Straßen von Deutschland gegen Israel demonstrieren werden, die dem Staat Israel den Tod wünschen. Aber es ist eingetreten. Von Jugend an war ich im Großen und Ganzen sehr positiv gegenüber den Medien eingestellt. Ich sah in ihnen immer einen Wächter für die freiheitliche parlamentarische Demokratie. Heute hat sich meine Einstellung diesbezüglich gegenüber den Medien geändert. Für mich sind sie nicht mehr Wächter, sondern Beschützer der Regierungsmacht. Das ist bitter, aber es entspricht der Realität. Und sie bekämpfen die Opposition. Nicht unbedingt die CDU, CSU, sondern die AfD. Nicht zufällig wurden Potsdam, Russland, Geldzahlungen und Chinaspionage jetzt in die Öffentlichkeit gebracht. Man denke hier an die bevorstehenden Wahlen. Was Potsdam anging, wurden auf die Wahrheit, es trafen sich Menschen zu einer Vortragsveranstaltungen, das war die Wahrheit, Lügen gepackt. Dies ist nun bekannt. Hier verweise ich auf das Zurücknehmen bestimmter Äußerungen von Korrektiv und auf erfolgte Gerichtsentscheide. Aber von den öffentlich-rechtlichen Medien und von den großen Leitmedien in Deutschland wird diese Tatsache unter dem Strich nicht so in die Öffentlichkeit gebracht, wie es eigentlich in einer freiheitlichen Demokratie sein sollte. Auch jetzt weiß man schon, dass die Berichte über die angeblichen Geldzahlungen aus Russland und was die Spionage angeht, auf dünnem Eis stehen. Auch dort wird Wahrheit und Unwahrheit miteinander vermischt. Schlimmer finde ich jedoch das Verhalten der deutschen Bevölkerung. Ja, wir haben Meinungsfreiheit. Im Gegensatz zu den 30er Jahren im letzten Jahrhundert, dort hatten die Menschen nur den Staatsfunk. und keinen Zugang zu anderen Nachrichten, ist dies heute anders. Heute kann man im Internet alternative Medien zur Meinungsbildung heranziehen. Aber wie es scheint, werden diese Medien von 70 bis 80 Prozent der erwachsenen Bevölkerung in Deutschland nicht in Anspruch genommen. Informationen werden nicht eingeholt. Und daher hat man nur ein Teilwissen. Ist dieses Verhalten nun naiv oder dumm? Oder das Ergebnis einer Verführung? Oder sind das Denken und das Sehen der deutschen Bürger so vernebelt, dass so viele Menschen nicht mehr erkennen können, was in diesem Land geschieht? Wenn man den Wahlumfragen Glauben schenken kann, dann möchten jedoch die meisten Bürger hier in Deutschland auf diesem jetzigen politischen und gesellschaftlichen Weg weitergehen. Ansonsten wären die vielen Ja-Stimmen für die Altparteien nicht erklärbar. Die freiheitliche Demokratie nimmt Abschied von Deutschland. Die Farben Schwarz-Rot-Gold sieht man heute in der Regel nur noch bei Sportereignissen und auf entsprechenden Demonstrationen. Ansonsten weht die Regenbogenfahne, die von einer großen Zahl von deutschen Bürgern mit Begeisterung verehrt wird. Warum? Weil einer Vielzahl von Deutschen die Freiheit und die Heimat, das Land Deutschland, egal geworden sind. Und dieser letzte Satz von mir trifft jedoch nicht auf alle Deutschen zu. Und daher ein zweites Warum. Weil die Gruppe der Bürger, die sich zu den Wut- und Mutbürgern zählen, langsam und ständig immer größer wird. Sehr positiv ist jedoch auch der zweite Grund. Das betrifft die jüngere Generation. Und weil unter der jungen Generation das Ja zur politischen Farbe Blau, das Ja zur Freiheit, zum selbstständigen Denken und Leben, zur Meinungsfreiheit und zum Erhalt des Wohlstandes immer beliebter wird, darf sich so ein weißer, alter, weiser Mann, wie ich einer bin, freuen. Mit anderen Worten, neben den Enttäuschungen über die Politik der letzten 20 Jahre in Deutschland, gibt es auch Hoffnung. Und diese hoffnungsvolle Entwicklung ist eine Hoffnung zum Guten. Für Deutschland, aber auch für meine Enkelkinder und für meinen Urenkel. Aber auch für alle Menschen, die sich diesen Beitrag angehört haben. Liebe Zuhörer, ohne Sie wäre unsere Arbeit nicht möglich. Alle Informationen zu unserer Bankverbindung finden Sie im Begleittext. Herzlichen Dank für Ihre Unterstützung. Weitere Beiträge von Peter Weber und Hallo Meinung finden Sie in den sozialen Medien, wie zum Beispiel YouTube und Facebook. Vielen Dank.